Ich fand es eine schöne Idee, dass das Wort wieder Gewicht bekommt, ein einzelnes Wort. Und dass sich Menschen wieder mit einem einfachen Wort auseinandersetzen, wie Neugier, ja, könnte ich mal wieder neugierig sein. Oder was sie bei diesem Wort empfinden und auch denken, eine Aufmerksamkeit. Das fand ich eine ganz tolle Idee, weil das Wort so ein bisschen verloren geht, in dem vielen Geplabber. Weil ich finde, dass das in unserer Zeit so ein bisschen verloren gegangen ist. Alle glauben, dass sie stark sein müssen und kräftig sein müssen. Das können sie ja alle sein, aber die Anmut sollte man nicht verlieren. Die innere Anmut gibt es auch. Nicht jeder Mensch kann anmutig sein. Ein Bauernkind kann anmutig sein. Ja, es hat das mit einem heiteren Zustand, mit einem Selbstverständnis zu tun und mit einem Sinn für Schönheit. Ja, es hat das mit einem Heiteren gehalten. Vielen Dank.